Hallo zusammen, ich hier ist wieder Heuteland, heute wieder für euch in The War of In unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes kleines Toy, das wir durch einen Schatz kriegen. Und zwar haben wir hier einmal Fackel des Höhlenforschers. Ich würde sagen, die lernen wir gleich mal und setzen die ein, beziehungsweise gucken wir uns mal an, was das macht. Zündet eine Fackel an, also relativ basic. Ihr seht schon, haben wir die Fackel am Start. Die erhellt dann hoffentlich auch ein bisschen, wenn wir jetzt hier in die Höhle gehen. Oh ja, es wird recht hell, gar nicht so schlecht. Vor allem, die Fackel hält die ganze Zeit, die läuft nicht ab. Schon nicht verkehrt, wenn man irgendwo in einem dunklen Gebiet unterwegs ist, kann das tatsächlich schon was helfen. So, jetzt mal eine kleine Erklärung, wo ihr die Fackel herkriegt. Und zwar, wir sind nämlich direkt an dem Spot. Das ist aus einem Schatz raus und wir sind da jetzt einmal auf den Koordinaten 57, 27. Im Gebiet Heilsturz. Und wenn wir da einmal in diese Höhle reingehen und ihr den Schatz noch nicht gemacht habt, dann fliegt da so eine Motte, würde ich jetzt mal sagen, am Himmel. Und die schießt immer so einen Stern runter und dann ist eine kleine Fläche am Boden, wo ihr dementsprechend reinlaufen könnt. Wenn ihr reinlauft, kriegt ihr einen Stack. Und wenn ihr quasi... Dann... Ah, schaut, da kommt sie wieder, die Motte. Und wenn ihr quasi dann hier 5, 6 habt, dann kriegt ihr einen Buff drauf, wo ihr quasi die komplette Höhle erhält und dann könnt ihr den Schatz looten. Mehr ist es im Endeffekt nicht. Ist eine relativ einfache Angelegenheit. Natürlich kriege ich jetzt wahrscheinlich den Schatz nicht noch mehr, weil ich den ja vorhin gerade für das Ding gelootet habe. Also seht ihr, da haben wir jetzt die Erhellung. Schade, ich dachte schon, die Fackel ist so hell, ne? Aber ne, das ist tatsächlich der Buff noch. Und dann könnt ihr das looten. Und ja, das war's eigentlich schon mit dem kleinen Toy Guard. Habt mich gefreut, dass ihr bei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.